Da sind wir wieder, wir für New Eden mit Sandra, hallo Sandra Ja, hallo Ritchie Hallo YouTube Moment Ja, irgendwie Heute sind wir am Spinnen, am Spinnen, am Spinnen ist es jetzt ein bisschen, aber okay Mir wird nicht mal angezeigt, ob ich aufnehme, ich hoffe ich nehme auf Ja, wir sollen da runter Hier ist eine Treppe Ja eben, da kamst du von hinten Ja Gruselig Können wir sich verlaufen Verirren Nee, durchs Wasser wollte ich nicht Und wir dürfen in dieser Folge das Wasser ablassen Und dann Glaub ich, oder? Das war doch Ja, irgendwie so war das Ah ja, wir müssen eh durchs Wasser Na ja, dann Schwimmen wir doch mal ne Runde Hast du was entdeckt da? Gibt es da was? Na ja, so rohe und sowas Ah, hier ist auch nochmal ein kleiner Eingang Was ist los? Niedlich Hier laufen so kleine Maulwurfsraten rum Ah Was ist denn hier? Oh, was hab ich gemacht? Nicht doof? Oh, hast du ein Blizzrohr zerstört? Ja Oh oh, soll ich hier auch? Ja, mach mal Das war ein Fehler, oder? Ich glaube, das sollen wir machen Ja, aber wir hätten nicht so weitergehen müssen Da, wo wir das Wasser abgelassen haben Oh Oh, niedlich Hier durch? Ne, hier geht's ja gar nicht durch War's das dann schon? Oh Das Blizz ist nicht so wie in Far Cry 5 Ja Schon eins zerstört Hast du zwei Epo zerstört Ist das Gas die Hülle erfüllt? Ja, ja Schnell Oder? Äh Ich müsste mal raus Ähm Ich bin hier Oder Oder Einfacher ist es vielleicht Außenrum zu gehen Genau Guck mal, hier kann man rauf Entzündet? Das Blizz Wenn ich was hätte Zumenschen Hast du Molotow-Docktails Oder so ein Feuerpfeil Äh Oh, hier stehen welche Neben dir Links neben dir Links ist da, wo rechts Der Daum ist Molotow Ah, hast du Ich weiß nicht mal wie ich die ausrüste Ist ja sehr toll Äh, mit Ich weiß es nicht Q Oh, hat geklappt Reichtum Was? Kommst du raus? Was ist das mit 23 Meter? Entkommen mit dem Feuer Mit dem Feuer Uh Ja Wow Wollen wir mich jetzt pillen Bin ich blöd Ich dachte immer nur Heilige können heilige Taten vollbringen Aber du hast mir das Gegenteil bewiesen Mit wem muss ich reden? Was soll ich reden? Was bedeutet das? Da hat einer so ein weißes Symbol über dem Kopf Der Vater wird wissen, wie wir dich nennen sollen Nicht einmal Ethan hat das geschafft Du musst diejenige sein, die Josephs Prophezeiung erfüllen wird Du musst zu Ethan zurückkehren und weitere Anweisungen abwarten Aber seid ihr sicher, dass du uns neue Hoffnung gegeben hast? Alle in New Eden werden erfreut sein Wir treffen sein, Joseph und diese Fremde Gut Abgeschlossen Uh Edens Feuer abgeschlossen, genau Blitz zum Morgenklo Kommt mir bekannt vor Ja, da gab es doch mal einen Film oder so Ja, voll langweilig Oh, jetzt gibt es aber Ja, von wo Wir haben schön viel kämpfen mussten wir gegen diese Naturfreaks Als wir das Feuer gelöscht haben Jetzt brennt es wieder Und wenn das diese Hippies wach macht Und die sich noch krasser wehren Nervig Also ja, wäre auf Lieb Liebesfilmchen steht So Ob es da so ein großer Hulk drüber gemacht wurde Auf gar keinen Fall Da gab es bessere Filme Man, ich auch Das ist doch das gewesen Bärwolf, oder? Ja, ja Drei Teile, oder? Twilight, oder was? Nee, wie heißt das? Ja, doch Ich glaube, da hieß so Twilight, ja Achso Wir sollten mal auf Was ist denn viel? Äh, Logbuch Bis zum Morgen Ah, verfolgen Oh ja Ich würde mal gerne Auto wurde bestimmt geklaut Bär? Nee Elche, Hirsche Wie auch immer Wir laufen in die falsche Richtung Aber ich dachte, ich Pum Ich weiß nicht Ah, Gott Wir haben hier echt Probleme Oh 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 Du siehst Mal hin gelegt Okay, aber Ja, okay Ach, wir laufen querfel Das wird's in Auto Ja Da sind wir doch schneller zu Fuß Wir haben ja auch endlos Energie, oder? Ich weiß Ich weiß nicht, ob ich will Aua Abgestürzt Okay Ja, sieht aber schön aus hier Auch das Wetter Schönes Wetter Ja Schöne Tiere Das Gestönen Ruhe Schreckt sich Die haben mächtiges Holz auf dem Kopf Wo? Ach, ein Vielfraß Den schafft ihr Hatte ich schon erledigt Sie rutscht den Berg Können wir ihr helfen? Ach, das ist schon vorbei Oh, schade Hey, lass das Ein Vielfraß Oh nein Ja, jetzt geht Das schaffst du schon Ja, hab ich Ja, oder so Entschuldigung Hab ich dir irgendwelche Punkte geklaut? Nein, nein Schon Fahrzeug Lass mal laufen Ja, das ist schön Wo schleppst du die denn mit rum? Ich hab die gefunden Ja, lass liegen und komm Ganz schön Oh Ist doch da Ich bin da Ja Ich hab einen Helm Oh Das war gut Ich bin noch da Ähm Wo Da So Huch Hoppla Blumen Ich bin noch da Ich bin noch da Ich bin noch da Ja, wir müssen mehr links. Das ist nicht ganz die Richtung, die wir brauchen hier gerade. Trotzdem müssen wir auf die Insel. Ja, aber weiter links ist die Insel. Nicht auf die Insel vor uns. Gibt es einen Ruhm? Ich glaube, das Ding spügt wirklich zu spät. Hätte ich eher sagen sollen. Oh, mein Pfeil ist ausgegangen. Ja, ich dachte, der Gäbsen oder so. Und so nicht. Fische und Fingerkopf. Ja, Mensch. Hätte ich mal einen Riesenunblick. Oh, warst du schon angeln hier? Nee, ich war noch nicht angeln. Hier waren wir überhaupt noch nicht angeln, da waren wir schon angeln. Eine Angel hast du, oder? Keine Ahnung. Das ist doch ganz schön lange hier zu schwimmen. Ja. Hätten doch dann da rüber, so rüber und so rüber fahren können. Naja. Ist ja nicht größer als wieder Zürichsee. Aha. Zürichsee wird auch einmal im Jahr schwimmend überquert. Ja? Hm? Sportlich. Also nicht ich. Ach so. Es gibt so eine Sportvereinstaat. Wie so ein kleines Festival. Aha. Na, schwimmen, schwimmen ist ja einfach. Aber tauchen soweit. Ja. Ohne Tauchgerät. Luft anhalten. Oh, ganz schön am Qualm da, unser Feuer. Von hier aus sieht man das gut. Oh ja. Tier. Oh nein. Tua. Hat's dich erwischt. Ah. Da ist der Tigerfisch. Ja, der ist hinter mir. Der jagt dich. Aua. Wie kann ich den jetzt bewegen? Nein. Ich glaube nein. Aua. Hey. Ich kann nichts tun. Ich hab ihn. Erwischt. Verschwindet. Ich will nicht. Oh nein. Luft, 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 Luft. Luft. Wo bist denn du? Falsche Richtung. Neun, Entschuldigung, beim Autor. Mist, da gab's also doch, ich hab mal ja, um den Hunde gerichtet. Fliegen gibt's ja auch. Ich komm mal hier ins Land. Okay. Und das ist eine gute Idee. Wir sind etwas schneller. Am Land sind wir etwas schneller. Wir haben ja Beine und keine Flossen. Oh, wir müssen gleich wieder spielen. Hm. Nicht zwingenderweise, oder? Wir müssen doch da rüber. Da kann man das nicht sehen. Vielleicht finden wir ein Boot oder so. Oh, da hinten ist was. Dann müssen wir da rüber. Können wir den nicht mal herlocken, da drüben? Und? Ja, er kommt. Fährt einfach weiter. Erwischt. Sehr schön. Ich hol's, ja. Aber ich komm hinter dir her. Okay. Aber nicht. Wolltest du fahren? Nö. Fische. Fahr. Ja, ich hab nur geguckt, wo die Sonne ist. Die Sonne hab ich nicht gesehen. War verdeckt. Lassen wir uns hier wohl auch einen? Weiß ich nicht. Ich hab gebremst, rückwärts gefahren. Nö, komm. Wir haben Feuer gemacht. Feuer. Bekommen wir jetzt so'n Ball? So'n Volleyball? Ich nenn meinen Wilson. Tö. Eine Ungläubige ist eine Sünderin. Nein. Eine Ungläubige weiß nichts über unser Leben. Eine Ungläubige hat unsere heilige Flamme wiederentzündet. Wir brauchen Joseph. Er befreit uns von der Sünde. Der Vater erteilt der Sünderin Absolution. Schickt die Sünderin nach Norden. Familie von New Eden. Ihr habt in euer Herzen geschaut und glaubt wirklich, dass diese Sünderin unseren Vater suchen soll? Ja. Ganz genau. Der Vater ist den Sündern gnädig. Schließlich sind wir alle seine Kinder. Bereitet das Sakrament vor. Ja. Das Sakrament. Bringt das Sakrament. Das Sakrament. Der Vater führt uns in diesem Moment. Sie soll trinken. Bitte. Ist das Rookie? Ja. Der Sünderin wird gestartet nach Norden zu pilgern. Sie wird den Vater zurückbringen. Verlaubt sei Joseph. Amen. 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 So kannst du die Grenze übertreten, ohne zu sterben. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann verstehen sie endlich, dass ich ihr Prophet bin. Und du bekommst deine Hilfe. Wir kriegen beide, was wir wollen. Mhm. Erstmal Vollpunkt mit rum. Wir zeigen dir den Weg. Mhm. Bildes. Oh, das war ja wohl nichts. Okay. Ja, aber erst im nächsten Part. Auf jeden Fall, ja. Ich würde dann auch gerne mal speichern. Ich glaube, ich muss das Spiel nämlich durchstarten. Oh, ja. Damit mein Aufnahmeprogramm mir anzeigt, dass es aufnimmt. Oh ja, bei mir hat das scheinbar diesmal geklappt. Aber das hilft dir ja nicht weiter. Nee. Schöner, schwarzer Ladebildschirm. Sonst kommt noch irgendwas schön mit Bildschirm. Oh, ja. Nee, das war aber woanders. Der, der perfekte Zeitpunkt für die Abmoderation, oder? Ja, genau. Ja, liebe Welt da draußen, damit bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.